Mein Lieblingsmotto ist, das Unsichtbare steuert das Sichtbare. Indem wir das Unsichtbare begreifen, können wir unsere Wirklichkeit im Hier und Jetzt auch transformieren, umwandeln in unser Bestes Sein. Unser Lifestyle hat es verdient, ein anderes Denken zu integrieren. Diese Anderswelt der Schamanen zu integrieren in die Interwelt, in die Internetwelt. Ja, du hast richtig gehört. In die interdimensionale Welt, in die Multiversen, in die Parallelwelten und gleichzeitig aber auch hier im Jetzt auf dem blauen Planeten Erde wirklich geschichtliche Spuren zu hinterlassen. Und ich bin begeistert von meinen Schamanen aus Sibirien, aus Grönland, aber vor allem aus meinem Herkunftskontinent Südamerika. Aus Südamerika, aus Peru, aus Kolumbien und dann tiefer in den Amazonasregenwald. Wir können sehr viel lernen von diesen Völkern, von diesem Urwissen und das Urwissen übertragen ins Business, in die Sprache, in die Metasprache des Business-Dschungels. Aus Südamerika, aus U-N-Hinstein und das Urwissen. Aus Südamerika, aus Küche, öm martinais, das Urwissen, in die Dr. Bundes und die